So, als nächstes kommen wir zur Nasenmassage. Hierbei wird wieder eine Glocke rausgebildet und hier das Gelenk massiert vom Nasenbügel hoch bis zum Haaransatz über die Mitte. 18 Mal. 19 Mal. 20 Mal. Dann wird ab dem Rand jeder Breit neben dem Nasenflügel kreistörig massiert. Oder andersrum. Die nächste Massage ist die Massage der Ohren. Ihr Bein werden die Finger. Kommen wir zur Massage der Ohren. Als erstes die Ohrenränder reiben. Da benutzen wir Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Und wir reiben die Ohrenränder. Und wenn wir oben sind, ziehen wir etwas nach oben. Und wir reiben die Ohrenränder. Und wir reiben und am Ende ein bisschen ziehen. Und wir reiben die Ohrenränder. 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 und danach von außen nach innen. Das jeweils insgesamt neunmal. Danach werden die Finger in die Ohren gesteckt, dabei wird eingeatmet. Man konzentriert sich auf die Wirbelsäule. Relativ hochatmet ausziehen und das Ausatmen etwas betonen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Gut, dann ist die abschließende Übung mit der Trommel, die Helmetsäure-Trommel. Dabei werden die Metalfinger zwischen Schädel und Hals gelegt. Und der Zeigefinger, der Trommel, auch die Helmetsäure-Trommel. Und dabei werden natürlich die Wormen verschlossen. Also, Wormen verschließen. Mittelfinger, Zeigefinger. Insgesamt 24 Mal. Okay. Äh? Okay. Okay.